Für mich geht's heute auf eine LAN-Party. Ja, ihr seht schon, ich hab hier grad schon ein bisschen gepackt, also hier ist der Bildschirm. Hier mein PCchen und hier haben wir schon den ganzen Kram gepackt. Hier das Naturmaus, ganzes Kabel. Die Kabelsalat sehen wir dann auf der LAN-Party. Ich muss grad mal schauen, was ich noch baue. Wir nehmen noch eine Wii mit. Und dann sehen wir uns gleich irgendwo anders. Ich führe mein Computer-Gassi. Da steht voll und kalt, was du meinst! Was? War das Auto, Timo? Timo! 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 War er im Auto? Ja! Hat er gewunken? Hat er uns gesehen? Jawohl, er hat uns ja gewunken! Ach, stark! Ich weiß nicht, ob man es sehen, aber da hinten sind Störche. Und Störche sind ziemlich super. Man sieht sie wahrscheinlich gar nicht. Er schießt der Bomber, er ist geboren auf den Land und vertragt ihn. Ah ja, die Polizei, hallo! So, Endspurters sind coming, Gamer lässt grüßen. Modern Talking Dieter Bohlen, jawoll! So, wir sind da, in diesem wunderttollen Garten. Da hinten, da, da, da wird gleich noch gefeiert in einem Zelt. Hier sind die Boys noch andere Gäste beim Ausladen. So, ich nutze jetzt kurz die Ruhe, in der die anderen schon mal da hinten sind. Ich werde gleich nachkommen, um euch das Ganze hier in Ruhe auch mal zu zeigen. Wir haben hier mittlerweile fast alles aufgebaut. Ein PC, da fehlt noch. Hier wird, wie bereits erwähnt, die Wii, also ist schon angeschlossen. Mit diesem unglaublich tollen Fernseher. Retrofeeling, da. Hier ist unser DJ Laptop. Also ein ganz normaler Laptop, wo Spotify drauf läuft. Hier ist jemand, hier bin ich mit meinem unglaublich tollen Hintergrund. Und hier wird gleich noch was aufgebaut vom Timo. Hallo, willst du da einkaufen? Wir sind die Bad Boys, wir kommen zum Timo, oder? Jawohl. Zwei, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist viel Cola. Das ist krass. Du bist echt cute, oder? Schau mal wie cute ihr sind. Wie viel Energie bekommt jeder? Ein, die vier. Also als Vergleich. Kipp. Eine Serie, meine Güte. Der ganze Chip muss gekühlt werden, oder? Das ist super. Dann können wir auch endlich Fast anfangen. Es fehlt noch jemand. So, wo haben wir denn die tolle Schubkarre? In meinem Auto voll Fasten. Nicola, hol die Schubkarre. Hol sie. So muss man Getränke kühlen, oder? In der Schubkarre. Ne, warte, der ist ja leer. So, hier wird gerade noch mal ein bisschen rumgebastelt. Unter anderem eine neue Grafikkarte, die hier nämlich. Welche ist das? Eine MSI GTX 630, die alte von Timo. Welche hast du da vor, Conny? Was? Das war einfach eine integrierte Grafikeinheit von einem AMD Prozessor. Nicht optimal zum Spielen gerade die nicht, weil das ist nicht gerade die stärkste Version. Deswegen bauen wir jetzt auch die Grafikkarte, die sollte eigentlich schon für die Spiele reichen, die wir jetzt spielen. Also, League of Legends, Counter-Strike hat bei ihm noch nicht so gepasst. Deshalb denken wir uns, yo, wir packen hier noch eine Grafikkarte rein für die LARMPARTY. Sonst lockt ihr nichts. Overwatch, hoffe ich packt ihr auch. Vielleicht auf niedrigen Settings, aber Overwatch wird es bestimmt packen. So, dann werden hier auch schon Grafiktreiber für die neue Grafikkarte eingestellt. Wir hatten gerade einen kleinen Fall der Verzweiflung, weil wir ja nicht darauf gekommen sind, dass wir vielleicht nicht gar zu geiles Internet haben, wenn wir das DLAN in der Gartenhütte probieren wollen. Und da unten funktioniert das deutlich besser. Weißt du was? Scheiß drauf, wir haben jetzt eine bessere Lösung. 2.8 Breakout auf. Komm, hier, ich muss nur aufnehmen und kommt das Lack schon, Rico. Da kommt schon das Lack. Auf geht's. Auf geht's. Autorisieren. Komm, auf geht's. 2.1. Da kommt schon rein, ja? Das ist der Track, ja? Nein. Oh nein. Oh nein. Ja, das Lack, es kommt noch. Es kommt noch. Ey, aber das ist MW. Das ist das Silberlack. Das ist das Silberlack. Silberily. Riku, der Grillmeister. Obwohl, war schon ein ziemlich super Spiel, oder? Oder? Ja. Das ist ziemlich super. Ich bin ein Engel. Es ist mittlerweile Nacht. Im Zelt ist schon Beleuchtung. Der Kabel ist immer noch da und wir grillen ein bisschen. Ich brauch die fast Purschen, weißt du? Was war das? Wie ich esse dich? Was war das denn? Das ist die 10 Sekunden Regel, was du wissen, Conny? Nein, ich mein das da. Das Hass, das ist der Tod und das Verderben, weißt du? Ich bin da gegen die Augen. Das ist vollkommen korrekt, das hast du gut gemacht, Conny. Riku, du musst die Kraft in dir sein. Ja. Das Schießspüren, die Silber 2 müssen sich lohnen. Komm, das, 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 das Silber. Und das Aufnahmeglück. So. Auf, ich möchte ein Butterfly in den Eifen. Das wäre geil. Darüber würde ich mich nicht mehr... Und vor allem... Oh, okay. Du hast es, ey. Du tust es, Mann. Oh, selten. Das Monstrum. Das Monstrum. Das Monstrum. Das Monstrum. So, ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas erkennen kann. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, ein bisschen bach. Wer hat noch einen Spielplatz? Der ist hier direkt nebenan. Und dann hat man das Spaß. Aha. Habt ihr schon mal Bayblad Real Life gesehen? Es wird Zeit, Leute. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du bringst den unten in den Arm. So, jetzt laufen, jetzt laufen, jetzt laufen, jetzt laufen, jetzt laufen. Das war spaßig. In der Nacht wird es auch mal im Mai kalt. Um 2 Uhr nachts. Das Handy sagt, das Handy sagt 19 Grad. Ich glaub dem Handy nicht. So, wir haben jetzt etwa 5 Uhr morgens. Ich bin schon ein bisschen, wir sind schon ein bisschen dicker eingepackt. Es war recht kalt die Nacht. Es ist mittlerweile schon wieder ein bisschen heller geworden. Und ja, mit wir meine ich vielleicht nicht wir alle, denn hier ist jemand nicht komplett anwesend. Er schnurrt. Er schnurrt. Er schnurrt. Aber er hat noch die Kopfhörer auf. Das ist was du jetzt. Wir haben gerade fleißig Overwatch gespielt. Man sieht richtig viel. Jedenfalls, wenn ich gerade noch in der Lahnwild bin. Ähm, Minecraft mit dem Conny da hinten. Und der, äh, genau. Äh, und der Rico spielt. Der Akku geht bald alle. Äh, seine Grafikkarte so 80 Grad. Meine Grafikkarte so 21 Grad. Beide von AMD. Äh, Suspekt. Er schnurrt. Er scheinigt die Brüder aus. Lauf nicht dann ein. Erste, du hast ja MSI, ne? Ich hab das sehr feiert. So, das Ganze hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Ich kann wieder im T-Shirt rumlaufen. Es war ja scheiße kalt. Äh, draußen, äh, 10.000 Pullis getragen. War ja echt witzig. Hatten unsere Daumen-Momente. Natürlich jeden Tag on point. Meine neuen Visi sind auch richtig super, oder? Komplett nass. Es war unschön in der Nacht. Aber... Es scheint wie der Sonne. Es ist ziemlich super. Um, ich glaub, 10 Uhr. Ah, es ist ziemlich super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.